Who like to move it, move it? Ich jedenfalls nicht. Willkommen zurück zu Madagascar Cards. Warum spiele ich das? Egal. Wir waren auf 100 glaube ich und müssen noch die beiden letzten Cups machen. Wir haben mit Melman und Marty letztes Mal gespielt. Ah nein, nicht Gloria. Ich will die nicht spielen. Okay. Ich habe die weiteren Cups noch nicht freigeschaltet, weil ich letztes Mal reingeschissen habe. Fuck. Okay, dann cutte ich euch das kurz. Ich habe den ersten Cup jetzt durch und jetzt können wir die anderen spielen. So, Fosserfelsen, Vulkan und Frachter. Yay. Es gab ein bisschen Zeit vergangen, weil mein Vater kam auf einmal, dann habe ich ein bisschen gewartet und ein YouTube-Video geschaut und mir wurde gesagt, ich sollte ein Fenster ungefähr jetzt schließen. Ich gehe kurz ein Fenster schließen. So, Fenster erfolgreich geschlossen. Ich habe tatsächlich gerade herausgefunden, dass es einen Drift gibt, mit dem man den Turbo aufladen kann. Das Ganze ist auf der B-Taste, also die hintere bei der Wii-Film und die hier. Wo fahre ich hier lang? Anscheinend nicht richtig. Ach, das war die Strecke, wo ich die ganze Zeit reingeschissen habe. Ich habe schon richtig Bock hier drauf. Also ja, so kann man sich noch besser fortbewegen. Oh, Junge. Das sollte so. Ah, jetzt mal ein Schreck. Ich muss noch ein bisschen lernen, damit klar zu kommen, mit dem Drift. Ich muss noch ein bisschen lernen, damit klar zu kommen, mit dem Drift. Ich muss noch ein bisschen lernen, mal gucken, wie gut das Ende des Tages läuft. Vielleicht kann man mit dem Springen auch bisschen schießen, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Das ist einfach noch so eine Gewöhnungssache und das wird auf jeden Fall auf den höheren Schwierigkeitsgraden, also höhere Geschwindigkeitsklassen, naja, das wird wahrscheinlich auch sehr viel schwerer, deswegen sage ich das so sehr helfen. Okay, das ist eine interessante Spezialfähigkeit. So, aber sowas würde ich einfach bringen, weil ich habe das Gefühl, das Wasser würde mich verlangsamen. Und dann kommt man damit ein bisschen besser klar, Junge, die Pinguine. Die waren beim letzten Kamau schon ein Problem, mit Ohren im Auge, so gesehen. Oh Gott, das ist so knapp. Nein! Oh nein. Nein! 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 Oh Gott, du dumme Fettwisser! Oh Mann! Oh Mann! Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, der Cup ist verloren. Guter Anfang. Move it! Ja. Was übrigens bedeutet, dass ich den Cup nochmal spielen muss wahrscheinlich. Es sei denn, der dritte Platz reicht aus. Das kann ich mir sogar vorstellen, dass er das tut. Weil ich glaube, das war beim ersten Teil schon der Fall. Ja, beim ersten Part, dass ich das da irgendwie so gemacht hatte. Weil was? Ich war noch oben. Ich bin nicht runtergefallen. Man hat's gesehen. Ja, das hätte ich nicht tun sollen. Ich seh nix. Komm schon! Ja, guck, was soll ich dagegen machen? Was soll ich dagegen machen, dass die einschläft wegen einem alten vor der scheiß Klippe? Oh Mann! Warum bist du so Mann Mann? Nein, verpiss dich! Woher kommt diese Pals Spinner eigentlich? Sieht aus wie etwas, was Monster Wars Alien sein könnte, aber ich kann mich nicht an so ein Ding erinnern. Zumindest nicht in der Hauptgroup. Ich mein, vielleicht gehört die Spinne wie so auch immer zu den Aliens. Eine Serie ist Monster Wars Aliens und die gute Seite war ja, glaube ich, die Monster-Seite. Oh, Gloria hat etwas für dich. Ja, toll. Das will ich aber nicht sehen. Ich will nichts von Gloria sehen. Ah! Boah, Junge. Ich hoffe, falls ich eines Tages eine Führerscheinprüfung haben sollte, dass das nicht auch so läuft. Außerdem habe ich gerade schon wieder was weg. Ach, ich bin noch erster geworden. Okay. Irgendwie wurde der erste Platz von irgendwas aufgehalten. Das war gleich runtergeflogen. Also, wir haben noch Chancen auf... Weißt du, wir sind Erster? Wir waren gerade eben noch... Wir sind gerade eben Letzter geworden und jetzt sind wir wieder auf der Eins. Was? Da müssen ja wirklich die... Das ist mir gerade recht hart kompliziert. Da müssen ja die, die davor Erster, Zweiter, Dritter waren, ja jetzt ganz hinten gewesen sein, oder nicht? Ey, ich kann es mir denn anders erklären. Ich meine, der, der Erster war, ist ja anscheinend runtergeflogen. Sonst wäre ich ja nicht auf einmal Erster gewesen. Das könnte bedeuten, dass die anderen den noch irgendwie überholt haben. Och, komm schon. Hier geht es anscheinend lang. Ich kenne den Weg zwar nicht, aber die Bots sind da lang gefahren, deswegen mache ich es auch. Och, Junge, wo fährt denn das Ding lang? Nein, Melmen! Fuck, ich wollte zu viel. Ich muss nur vor King Julien sein, oder? Zumindest, wie ich aufgepasst habe, ist das der einzige, der unterhalten wird. Ich weiß nicht, wie es uns nahe kommt mit den Punkten. Das war dann wahrscheinlich auch der mit der ersten... Okay, hier darf man nicht springen, ich merke schon. Oh, ja, Shrek! Warum? Nein, Gloria, halt's mal. Okay, die werde ich nie wieder spielen. Ich wollte ja eigentlich im nächsten Cup gleich nochmal spielen, weil ich dachte, ja okay, sonst gehen die Charaktere halt schnell aus. Aber... Nee, nee, ich halte nicht nochmal durch. Ich finde es ja ganz cool, mit der Refail-Wing zu steuern. Das hat irgendwas, aber... Ich komme halt fett nicht drauf klar, Junge. Wie bin ich da durchgekommen? Och, Gott, Melmen, warum? Jetzt hat mir Melmen mal einen Moment zersaut. Aber okay, dadurch, dass Melmen jetzt erster war, sollten wir immer noch vorne sein, oder? Nee, Pinguine. Okay. Ja, nice. Also irgendwie doch geschafft. Fragt mich nicht wie. Haben wir wieder was Neues in der Galerie. Ich kann euch sagen, gerade eben wurde mir das schon angezeigt, als ich den Cup nochmal gespielt habe. Keine Ahnung, ob wir noch was haben. Vielleicht sind wir so kurz davor. Nee, wir haben es gerade so. Wir haben, glaube ich, das und das hier. Ist das Shrek? Oder ist das... Ja, irgendwas Pinguin-Card? Oder was auch mal nach dem Pinguin kommt. Ach, die Affen! Da sind Bananen drauf. Oh, ja, okay. Das sind die Affen. Ja, dann ab in den nächsten Cup. Danke, Conic. Okay. Pinguine. Ja, ihr kennt das bereits, falls ihr den... zweiten Part geguckt habt. Ja, Alice Let's Play wird übrigens nur sechs Parts haben, weil ich werde hier ganz sicher nicht noch auf die... Die 100% sind schon weg und dann grinde ich jetzt auch nicht noch auf die Bilder mit den ganzen Früchten. Das ist mir dann einfach zu blöd. Ja, ich wollte es so machen. Wen sehen wir eigentlich hier? Das sind, glaube ich, Kowalski und Skipper, oder? Weil Kowalski war ja immer der Lange. Riko und Private sind hinten. Ich kann nicht sagen, wer Riko und wer Private ist. Sie sehen irgendwie genau gleich aus. Also irgendwie... Die hätten sich mehr Mühe geben müssen, dass man erkennt, wer wer ist. Ach, du dumme Spinne! Wirklich verpiss dich! Kann man die irgendwie abschütteln? Vielleicht gibt's da irgendeinen Trick. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie geht. Oh, Alter! Ja, Kowalski-Analyse. Skippen wir den Pinguinen ab. Okay. Malman! Warum? Was habe ich dir getan? Ja, fahr weiter! Malman! Warum? Was habe ich dir getan? Ja, fahr weiter! Malman! Ja, Tor, komm schon! Ja, Tor. Ja. Ja, lass du nicht, nein. Kannst du nicht. Mach dir schlecht, Mann. Ja, ich kann gar nicht. Warum? Er hat das Pelz noch leid. Das Fake-Neu? War das Mord? Ich hab nur Fake-Neu gehört, ich kann mir Porsche der Skipper so Mord nennen würde. Ne, abfuck, was mach ich? Ne, Mord wurde ja auch von dem Hai gefressen, der ist ja tot. Tollige Story, aber Mord ist gestorben in Madagaskar, sorry für den Spoiler. Ja, das war schon lustig. Das ist lagert vor mir gewesen. Let's go! Pinguine-Führerschein. Ja. Eichel und Minken-Männer. Ich hätte echt Bock, die Serie mal wieder so richtig zu gucken, ne? Hätte die Eiche gefallen. Na gut, damals... Teilweise gab's doch einfach so Folgen, da dachte man sich, ne, ich hab jetzt keinen Bock das zu gucken, weil das läuft immer. Ja, wer ungefähr mal im Alter ist und auch ungefähr zu der Zeit immer wieder Fernseher geguckt hat. Ja, äh, wer hat auch zu oft die Spongebob-Laubbläser-Folge gesehen? Äh, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob man das als eigene Folge betiteln kann, das war ja diese Kurz-Folge, ne? Boah, du Schwab! Ja, du dumme Kackspinne, verpiss dich einfach! Niemand braucht dich! Boah, ich bin rein! Was bist du? Dumm! Die Musik, die grad läuft, erinnert mich irgendwie an so Splatoon 1 Musik. Ja, das könnte halt straight aus Splatoon 1 sein. Was übrigens fragt, äh, warum ich noch keine Splatoon gespiele. Das Problem ist, äh, ich würde mit dem ersten Teil anfangen und das Internet ist bei mir etwas beschissen. Ich würde probieren mit Pretendo da teilweise auch Online-Folgen mit, äh, Kollegen zu machen zu wollen. Aber das ist halt momentan nicht möglich, deswegen ich hoffe darauf, dass in, keine Ahnung, 5 Jahren oder so Pretendo noch existiert. Und dann könnten wir das Ganze, äh, gemeinsam genießen. Boah, das hat sie mir jetzt versaut. Boah, das hat sie mir jetzt versaut. Guck! 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 Und diese scheiß Giraffen, die da im Boden stecken, war das nicht auch im Film? Da hab ich gesagt keine Ahnung mehr, ich glaub die Giraffen waren jedenfalls alle irgendwie geistig zurückgeblieben. Also kann ich mich auf jeden Fall missidenten. Nein! I don't like to move it, move it! Mauricio, I can't move it, move it anymore! Fuck! Scheiße, hör doch auf! Die Kackspinne, verpiss dich einfach! Was ist deine Berufung? Scheiße sein! Oh, ich hätte die Abkürzung nehmen sollen. Junge Shrek, du Blöde! Warum gibt's mich alles? Sitzt mich auf der 5! Ja, Item wird mir auch noch geklaut, klar. Na, man, man, du... Okay, Zweiter. Zweiter ist okay. Damit haben wir's, oder? Ne, noch ein Rennen. Wahrscheinlich hält's nicht mehr aus. Gott, und dann sind wir mit 100 durch. Das heißt, beim nächsten Mal kommt 150. Und dann auch 200 gespiegelt. Das werd ich ja überhaupt nicht können. Ja. Also ihr könnt euch schon mal davon verabschieden, dass ich ja bei Rennen eine gute Platzierung mitnehme. Ja. Wobei das eigentlich jetzt schon die letzten Parts nicht gerade gut läuft. Ja. Küsse unsere Schwanzfeder. Boah. Stade. Ich dachte schon. Also von Kowalski save. Ich mein, Rico hatte Kowalski mal im Mund. In der Serie. Leider nicht im Film. Zumindest wüsste ich nicht davon, dass es im Film war. I like to move it moving. I like to move it moving. Dieses Spiel bricht mich psychisch. Ich weiß nicht, was ich hier labere, okay? ale. Ach du dumme Kiste! Shrek, was machst du hier? Oh Shrek, du Blöde! Ja, Junge. Die Banane ist schon längst weg. So funktionieren Bananen nicht. Sprinten funktionieren normalerweise auch nicht so, dass sie Erdbeben verursachen, also keine Ahnung was da abgeht. Kaffe. Ich versuche hier wirklich Spaß zu haben, aber diese Items, die alle Spieler betreffen, die gehen mir einfach auf den Sack. Und die Kamera ist auch beschissen, sobald hier irgendwas passiert in der Art. Ich verstehe es halt nicht. Man, man! Verpisst dich! Ah! Junge Shrek, wirklich! Ich komme zu dir zum Sumpf! Ich war eigentlich immer der Meinung, Shrek ist Shrex hier, aber wenn ich das so sehe, ja, das sollte ich auch mal probieren. Das ist in der letzten Runde. Das ist ja das hier. Ja. Füß und Verspannsfedern! Oh Gott! Ah! Ja cool, wegen der Kamera habe ich jetzt den nächsten gesehen, ne? So haben wir irgendein Item, um Shrek abzuballern. Wir haben Julien freigeschaltet. Nice! Ja, doch noch irgendwie erster geworden. Okay. Ja, beim nächsten Mal können wir dann wohl King Julien spielen. Den werden wir dann wohl auch öfters spielen, oder? Keine Ahnung. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, wie ich das machen will. Haben wir schon hier was Neues? Ja. Bob! Wir haben Bob nicht mal. Okay. Ja, zumindest haben wir King Julien freigeschaltet. Das ist doch schon mal etwas. Beim nächsten Mal, wir haben jetzt 100 CCM durch. Ich sage immer CCM, okay. Ich habe es mit der Aussprache da nicht so, wie gesagt. Warum haben wir den Charakter hier drüben freigeschaltet und nicht Shrek oder so? Ich dachte, das würde jetzt besser aussehen, aber okay. Anscheinend schaltet man King Julien vor den beiden frei. Shrek ist einfach ein besserer als King Julien. Das ist hier voll unfair. Gibt es sowas öfters? Ne, Melman und Dolpharten zumindest noch andere Sachen. Ja. Lassen wir es gut sehen. Beim nächsten Mal machen wir 150 die ersten beiden Cups. Beim vierten Part wird es dann sein. Beim fünften machen wir den letzten von 150 und den ersten von 200 gespiegelt. Und beim sechsten und letzten Part dann die letzten beiden von 200. Also, wir sind quasi mit der Hälfte durch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder bei diesem runde schönen Spiel. Ja. Bis dahin, hoffe ich und ciao. 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 Ciao.